Hallo und herzlich willkommen hier bei Gamestalk TV, bei Pressure, mit mir Ingo Viva und mit mir Mick Bader. So, wir haben jetzt 14 Uhr, also wir haben es jetzt ein bisschen eher aufgenommen, aber wo ihr es jetzt seht, ist 14 Uhr. Eigentlich sollte Minecraft kommen, aber Minecraft hat solche Macken im Moment, dass es echt keinen Spaß macht mit dem ganzen Serverquatsch und so. Und jetzt haben wir uns gedacht, komm, bevor das jetzt was ausfällt, also halt gar nichts kommt, machen wir erstmal Pressure. Das wollten wir sowieso mal machen. Ja, mal gucken, wie das Spiel so ist. Wir starten einfach mal. Level 1, Baden verboten, besiegte Gegner 34. Hö? Hab ich das schon gemacht? Nö. Warten auf andere Spieler. Ah, jetzt kann man sich hier ein paar geile Waffen aussuchen. Oh, nicht genügend Gold. Okay. Ich hab's auf jeden Fall nicht. F1, Spiel starten. Äh. Ich hab auch Spiel starten gedrückt, also jetzt musst du... Achso, dann mein ich auch. Genau. Super Driving Tip! 1. Wie spielt man das denn? Äh, keine Ahnung. Soll ich es nicht. Äh, es ist wirklich... Keine Ahnung. Hörst du das jetzt ganze Kampagne? Eigentlich nicht. Okay, das sieht ja schon mal lustig aus. Geil. Ach, du Scheiße. Hä? Verstehst du das? Coole Sache, ey. Brauchst du Wasser? Dann komm in meine Badeanstalt. Nö. Ha. 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 Ich glaub, so hört es sich an. Hä? Hm. Okay. Äh. Ah. Ah, wir müssen jetzt... Ah, okay, okay, okay. Wir müssen die abschießen. Wir müssen die abschießen. Ich weiß. Welcher bin ich denn? Der. Du bist der Blaue. Ich bin der Rote. Warum machst du eine Rakete, Alter? Weil ich Geld hatte, irgendwie. Wo bin ich denn? Ach, da. Ja, das ist immer ein bisschen komisch. Alter. Ah, komm. Boah, Feuer. Warum zerstörst du eigentlich im Moment alle, ey? Ich bin mal einen komischen Bot geschützt. Weil ich eine Rakete hab. Ah, ich hab jetzt auch eine Rakete. Ah, nee, ich hab nochmal Maschinen gewehrt. Boah, ich guck immer auf deinen Spieler. Das ist ja voll. Oh, jetzt bin ich wieder bei dir. Ich auch. Nein! Ich rück nur auf Dauerfeuer. Boah, ja, auch mal zwei ist erledigt. Wasser. Fährt jetzt im Moment kaum keiner. Da kommen sie wieder von hinten. Ja. Badelelelelelelelelelelelelelelele. Abknallen. Oh, ah, ah. Ich bin der Deutschen. Ja. Und ich glaube, das wird vom Spiel zu Spiel, glaube ich, schwieriger. Weiß ich nicht. Ich rück's gerne auf Dauerfeuer, ey. Ja, hallo, wenn da was ist. WTF, Alter. Es gibt auch so einen Nitro-Schuh. Mit Shift. Nein! Was? Echt? Boah, bin ich in Luft gegangen? Nee, doch nicht. Bei mir war gerade Schiff minimiert. Okay, das ist bei denen eine andere Tastenkombination. Dann hör mal bitte auf mit solchen Sachen. Boah, Alter, ich baller die alle so weg. Ich hab doch gar nicht angefangen damit. Nein, aber bei mir geht Schiff. So, Ziel. Level geschafft! Benötigte Zeit. Ja. Zwei Minuten, vier... Besiegte Gegner, acht von 38. Du hast 27 von 38. Was soll dat denn? Hallo? Gesammelte Münzen, neun von 30. Du hast nur zwei. Pechka, würde ich sagen. Was denn besser? Ja. Today's Special! Benötig. Level 2, aus dem Weg! Ich will mir endlich mal Sachen kaufen. Ah, jetzt kann ich mir was kaufen. Kann man das auch schon kaufen? Ne, das kann ich mir noch nicht kaufen. Das konnte ich mir, aber ich will lieber das hier kaufen. Kauf immer. Ja. Ausrüsten. Okay. So. Ja, jetzt haben wir auch ganz blaues gleiche wie du. Aber wer will ich denn? Du bist der blaue! Du bist der blaue! Boah! Boah! Boah, ich dezimier euch alle jetzt so. Ihr kleinen Motherfucker! Was schießt du immer eigentlich hinter mir, hä? Benutzt du den Windschatten oder was? Ja klar. Achso. Wuhu! Nein, ich bin dagegen gefahren. Ich bin dagegen gefahren. Juhu! Oh, scheiße! Wo bin ich? Ach, der hat wieder... Ich bin der Rote, ja. Ich habe aber gerade auch erst mal so gedacht, so, hä? Wer bin ich? Ich bin der Rote, ja. Juhu! Boah! Ist noch viel freigeschaltet. Hammergeil. Ja. Und dann scheiß Sprint, ne. Ja, wat denn, Alter? Aber was blöde ist, das bringt mir eigentlich gar nichts. Eigentlich nicht. Komm! Komm, komm, komm! Den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich! Das ist meiner, das ist meiner! Nein, das ist meiner! Ja! Geht doch! Eigentlich ja nur ein stupides Fahren und dabei... Ich sage, das spielt man gegeneinander, das Ding, ey. Nein, das habe ich doch schon immer gesagt, dass man das nicht gegeneinander spielt. Achso! Ah ja, du bist ja der Kluge, genau. Nein, ich bin nicht der Kluge, aber sowas weiß ich einfach, weil... Achso, ja, genau. Das habe ich mir schon von Anfang an gedacht. Das ist doch egal. Macht auf jeden Fall Spaß, ey. Hier? Was? Hier macht es Spaß? Ja. Boah. Man kann es mal spielen, ne? Ja, natürlich, wenn du sie als großes... Könnt ihr niemals jahrelang spielen, das ist Hammer dann irgendwann. Das ist Sommer dann auch nicht. Das werde ich ja irgendwann gehen, ey. Ich bin ja der Rote, ey. Ja, ich weiß, ich habe auch gerade wieder gedacht, wo war ich denn? Ja, ja. Das ist voll ab. Bin ich, ach da? Boah, ich muss mal, glaube ich, mit Dings lenken. Mit was? Mit Maus. Mit Maus kann man lenken? Kann ich lenken. Ach, auf Maustaste! Boah, schaffen wir es, schaffen wir es. Ach, komm, ich will es auch schneller fahren. Ja, auf Maustaste. Ach so. Juhu! Hiha! Ja. Boah. Ich frage mich immer, wer kämpft denn da gegen uns? Der Panzer. Vielleicht hat er kein Sprint mehr. Da, 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 da. Jetzt mal gucken. Nee. Hahaha. Das gibt's doch nicht. Aber. Sauber und sauber. Ja, ich hab mir nicht so solche Mühe gegeben. Warum ist der nicht freigeschaltet? Ja, stimmt. Hallo? Bei mir ist der auch nicht freigeschaltet. Ist bei dir? Nee, ist nicht. Ja, aber was soll das denn? Das war sehr komisch. Das ist auch nicht so. Nochmal machen möchte ich das aber nicht. Ich auch nicht. Hä? Ja. Da hilft auch nichts die schöne Musik. Nee. Wenn man nicht das dritte Level macht. Woran liegt das denn? Warum müssten wir da irgendwas... Hä? Oder muss man das alles im Singleplayer erst... Freispielen und dann kann man auch den Multiplayer. Sicher. Könnte ich mir das vorstellen, ganz ehrlich. Naja, das war jetzt eine kurze Partie. Eine Folge. Cool, dann müssen wir uns für morgen was anderes einfallen lassen. Ja, wir gucken auf jeden Fall. Zum Spiel selber ist okay. Also man kann zwar spielen, ne? Ja. Aber mein Geschmack ist es eigentlich nicht. Aber hat Spaß gemacht. Ja, also... Ja. Genau. Also mir auch. Ich hab mir auch viel mehr... Ich sag, das wär jetzt halt online gegeneinander oder halt miteinander und dann halt komplett alles. Aber ist ja hier irgendwie so... Ja, erste, zweite gemacht. Und wie du schon sagtest, man könnte ja, wenn man dann in den Singleplayer alles freischalten, dann erst dann... Das find ich ja sowas von Beschiss eigentlich. Keine Ahnung. Also, Kaufwert... Weiß ich nicht. Also... Ich würd sagen, nein. Für wie viel Geld? Das kostet ja nochmal vier Euro noch was, ne? Vier Euro. Ja, okay. Doch, vier Euro kann man vielleicht... Kann man's machen. Ist ja eine hübsche Grafik. Ein bisschen lustig gemacht. Ja, wenn's teurer wär, dann... Dann nicht, ja, das stimmt. Aber sonst, ey... Was war der fuck denn, ey? So Spiele kann man auch kostenlos irgendwo herbekommen. Das stimmt. Also... Bestimmt so Minispiele. Äh, nochmal spielen, glaub ich, werden wir's nicht. Das war jetzt mal so, ja, spontaner Fehlkauf. Du kannst ja spielen. Ja, aber wie gesagt, ich find's jetzt im Moment auch ein bisschen ärgerlich eigentlich. Ja. Schade. Schade. Na gut, dann, würden wir sagen, sehen wir uns morgen mit einem andere kleine Sache. Vielleicht finden wir irgendwie wat, ne? Vielleicht klappt auch Minecraft wieder, keine Ahnung. Aber ich denk mal, die Server sind irgendwie sowas von ganz, ganz, ganz komisch. Äh, wir suchen auf jeden Fall ein anderes kleines Spielchen, was wir machen können erstmal. Und da würd ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Pressure mit Big Mana und Dingo Viva. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.